Ja, hallo zu haben, es ist der Fluxkommensator 70 mit einem weiteren Gastreplay und hier haben wir den Steiner EK-12 mit dem 8er Premium-Panzer, ein Heavy der deutschen DTE-75TS, den gab es vor zwei Jahren, so ungefähr zwei, drei Jahre, glaube ich, mal ein Weihnachtspaket, ne? In den Boxen und mittlerweile mehrmals im Shop drin gewesen, hier mit einem schönen Skin drauf auf der Map-Siegflinie in einem 8er-7er-Gefecht, Begegnungsgefecht ist es vor allen Dingen und haben ja, wie gesagt, 7 8er, 8 7er-Router, 5 Heavy, 3 Mittelpanzer, 5 TDs, 0 lights, 2 mit der Artie und da bekommt der Gegner IS-2M schon mal die APCA. Ja, oh, da werden wir in die Hosen runtergezogen, beziehungsweise die Ketten hier vom T-44. Ja, Munitionsverteilung 20x AP mit 360 Damage, 227 Durchschlag, 16x APCA Premium-Munition dabei mit 282 Durchschlag und 6x AE, 440 Damage, 60 Durchschlag. Großes Red Kit, Schokolade als Ration und das große Meat Kit. So, Linz dann war da rüber, nix, okay. Ja, in der Feldausrüstung habe ich gesehen am Anfang, auf der Position 1 die Lüftung. Jetzt gucken wir hier, ob der IS-M, also 2M, nochmal eine Packung haben möchte. Nein, so, und auf der Position 2 hat er den Ansätzer, auf der Position 3 den vertikalen Stabilisator. So, mal ein Schuss da in den Busch rein. Ja, der E-75 TS ist schon eigentlich ein schöner Premium-Pazzer. Oh, hier eine schöne Querfahrt vom Besonte C-45. Erstmal schönen Schuss in die Seite, 373. Jawohl. So, jetzt geht es hier vorwärts. Was haben wir noch? Den SMV C-56. Oh, auf dem freien Feld eine Suh, 130 PM in der Querfahrt. Jawohl. Und der IS-2M prallt ab. Ja, beim E-75 TS prallt einiges ab. So, jetzt hier Schuss auf die Oberweine vom IS-2M. Nächster Treffer, Arti verschießt der Gegenseite. Hier kommt der SMV C-56. Hier wird die Arti als Hilfe angepinnt. Jetzt erst mal einen schönen Schuss in den IS-2M. Also IS-2M so rum. Ja. Der prallt ab. Und nochmal einen schönen Schuss in den SMV C-56. Und da kam hier ein Arti-Treffer. Wurde ja nicht penetriert, nur betäubt. Gestand ein bisschen. Schuss in die Capola. Und schon ist der IS-2M in der Garage. Erster Kill. Zur Mission kommen wir gleich. Steht 4 zu 2. So, Schlagabtausch mit dem SMV. SMV haut das Funkgerät raus. Penetriert ihn mit 245. Aber dafür hat er den zweiten Kill, den SMV, in die Garage schickt. Und dort hinten ist der T-44. Auch einen schönen Schuss. In den hinteren Teil des Turms, glaube ich, war das. Wir sind bei 2.000... Ne, bei 3.000 Damage rund. 6.30 geblockt. Der Schuss ist nicht angekommen. Jetzt wieder der Schuss von der Arti. Aber nur betäubt. Nicht penetriert. 6 zu 4 steht es. So, jetzt hier den T-44. Jawohl, bleib schön. Nein, den gönnt sich wer anders. Ja, ist hier Proxy gespottet. Von der ISO 152 und vom 45TP. So, ISO 152 hat erstmal einen bekommen. Kommt jetzt da hoch. Ja, da schießt er nicht. Da hinten die ISO 130 PM ist hinter dem Bunker. Aber... Oh, schöner Treffer in die ISO 130 PM. Und hier gab es auch eben Unterstützungsschaden. Auf die ISO 152. Zweimal. 7 zu 6. So, wir schauen mal in der Mission schnell. Ja, das ist hier Block 4 Kämpferherz in Richtung Objekt 279F. Da kommt der 45TP hoch. Na, noch ein bisschen. Ja. Jawohl. Zack. Gibt es erstmal ein Loch in die Seite. Sind bei 3700 Damage. 1000 geblockt. Nächster Treffer auf den 45TP. Sehr interessant. Bleibt da stehen. Wahrscheinlich der Motor kaputt. Und zack, raus. Dritter Kill. 45TP in die Garage geschickt. 4200 Damage. 9 zu 6. So, nochmal. Ein Schuss zum Bunker. Jawohl. Ja, der Schuss ging im Boden. Ah, da hinten die Artie. GW Panther. Hat ihn jetzt... Und die M12 auch. Beide Arties haben ihn jetzt penetriert. Und natürlich betäubt. Stand. Noch mal ein Schuss in Richtung Artie. Nee, doch nicht. Lieber die ISO 130 PM vielleicht. Nein, hier die ISO 152. Zack. Raus damit. Vierter Kill. 12 zu 7 steht es. So. Kette. Und Artie. Kette wieder funktionstüchtig. Los geht's. T44 breit mit ab. So. GW Panther geht auf. Dort ganz hinten in der Ecke. Und da kam wieder hier. Der Artie-Treffer. Aber... Der GW Panther wurde rausgenommen. Aus dem Spiel. 13 zu 7. Nur noch der T44 und die M12. Wir sehen übrigens zwei Runden vom Steiner Ecke 12. Gleich kommt noch mal eine zweite Runde mit dem Tiger 2. So. T-44 breit ab. Er penetriert ihn im Turm. Und da ist die M12 wieder dran. 877 HP hat er noch. T-44 geht raus. Artie geht auch raus. Das Gefecht ist zu Ende. Und wir sehen uns in den Stats. Sehr schön. Dann kommen wir zu den Stats. Ja. Überschrift. Drüberrollen. Ja. Sehr witzig. Und dann kommen wir mal hier zur Auswertung. Da haben wir hier das Panzer. Dann haben wir hier Spieger, Schläger, Kämpfer, Wirkungsfeuer, Shellproof. Wir haben hier geblockten Schaden als Hitpoints. 141.911 Credits. XP kommen wir später zu. Stahlwand natürlich. Und Großkaliber. Hier haben wir einen Teamscore. 4657 Damage. 4 Kills. 1537 Basis XP. Und der Datenreport. 20 Mal geschossen. 15 Mal getroffen. 15 Mal durchschlagen. 729 Damage. Über 300 Meter. 1700 geblockt. Und 1271 Aufklärungsunterstützung. Schaden für drei Teammitglieder. Macht einen kombinierten Schaden von 5.928. Gefahren. 1,6 Kilometer rund. Dafür gab es 94.627 Credits. Absolut Repair. Munition und Ration. Bleibt ein Plus von 70.622 Credits. Über das Ganze in 7 Minuten. 2161. Jawohl. Kann man ja mal machen. Und dann haben wir die Basis XP. Plus Missionsbonus 9224. Und Bonus fürs Premiumfahrzeug 231. Macht 11.761 XP. Und 116 Freierfahrung. Ja. Schöne Runde mit einem schönen Panzer. Ich hoffe es hat euch gefallen. Und ich sage ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.